So Leute, da sind wir beim nächsten Muster und diesmal haben wir ein Foil-Promo-Pack. Das war glaube ich das erste mal, dass sie die Foil-Promo-Packs genannt haben und nicht Premium-Promo-Packs. Dementsprechend Innistrad Mitternachtsjagd. In Full Foil gucken wir uns mal an, wenn es dann aufgeht, ohne dass ich die halben Karten da kaputt mache. Und ja, das ist mir vielleicht auch schon passiert. Erstmal den Arena-Code beiseite und dann gucken wir uns an, was haben wir? Gruben-Kämpferin aus Falkenrath, 1-Manner-1, 2-1 sogar, 1-Manner-2-1. Krass. 2-Manner, wir werfen eine Karte aus der Hand ab, Opfer und einen Vampir und ziehen dann zwei Karten. Okay, kann man nur mal, wenn der in diesem Zug Lebenspunkte verloren hat. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ein 1-Manner-2-1er, der einen Card-Draw-Effekt hat, der sehr strange ist. Abwägen, uh, abwägen in Foil. Ein blaues Mana, wir schauen uns die oberste Karte unserer Bibliothek an. Wir können sie auf den Friedhof legen und danach ziehen wir eine Karte. Es ist praktisch Surveil-1. Es steht nur nicht Surveil-1 drauf, weil wir haben keinen Surveil in diesem Set. Sehr, sehr schade, finde ich das. Sehr, sehr vereint die Elfen. Für mich ist es immer Harald. 4-Manner. Die erste Saga sagt, man will drei Karten, man kann eine Kreaturen-Elfen-Karte oder Tyva-Karte auf dem Friedhof-Zück ins Spiel bringen. Das ist gut. Minus, also nicht minus zwei. Zweite Saga sagt, wir können Elfen, die man kontrolliert, 1-Manner-1-Manner geben. Jedem Elfen. Auch nicht schlecht. Und die dritte Saga sagt, immer wenn in diesem Zug eine Elf, den du kontrollierst, angreifst, erhalten Kreaturen jeden Tag und die Minus-Eins-Minus-Eins-Sage. Halt eine Kreature. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber es ist eine Kreature, kriegt Minus-Eins-Minus-Eins. Auch nicht schlecht. Ja, das war das Voll-Promo-Pack. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.